Ah, schlusser, rrrr. Er hat fertig geschlafen. Lernen kochen. Wie schaut denn das aus bei ihm? Mhm. So, zurückhüllen. Also, das kann er gar nicht mehr spielen. Spacken. Ah, da. Papa, papa. Oh. Ich denke, es geht bald. Wir packen. Es sind wollen. Hä, wieso legt er das Essen weg? Hm. Wie schaut Eddy aus? Eddy ist schon fertig, da kann er aufs Klo gehen. Baden. Denkelkäppchen anziehen. Der kann jetzt leider nicht aufs Klo gehen. Oh, und der will sich. Ah. Nein, was das? Nein, nein. Ich denke, es ist ganz schön. Wie ist denn denn? Ja, das ist ein Klo. Wie ist denn? Ja, das ist ein Klo. Er macht das, ein Klo. Ja, das ist ein Klo. Ja, das ist ein Klo. Ah, hast du noch eine Wäsche? Hala, die Toma! Darfst du endlich weiter essen? Ah, warum nicht? Na gut! Nein, die haut das jetzt weg! Kein Essen! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nein, komm! Ah! So! Denkelkäppchen ausziehen. Und zur Arbeit fahren. Lernen! Komm! Shaki ist zurück. Wie geht das aufs Klo? Kompostieren. Angeln und Blumen. Angeln und Fleischgrüder. Nein, du gehst nicht da schlafen. Du gehst da schlafen. Und Shaki ist fleißig. Baden. Baden. Säulen. Füllen. Meister nehmen. Das ist ein Katzenwels. Regenbogenforelle. Und die Regenbogenforelle. Und die Regenbogenforelle. So. So sie wird jetzt ihre Fische ausstellen. Abschluss. Und dann. Und dann. Bop. 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 Was ist das eigentlich? Organ-Spende. Ich habe zu wenig Punkte. Eddie, ich sehe nichts mehr. Eddie mit Geld ernten. Was fehlt immer eigentlich in seinem Beruf? Ah, ich glaube, der ist unglücklich deswegen. Oho! Morgen wieder alt. Oh. 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 Ich muss ihn essen. Wo ist ein Leander? Ja, ne, kochen. Oh, wir haben Montag. Homnomnomnom. Da gehts homnomnomnom. Aufwischen. Chucky hat frei. Schlafen. Schlafen. Ja, das soll das gogen. Soll ich vorhin gesehen? Hoppala. Ähm. Was macht sie? Hat heute fallen. Stopp. Wandern gehen. Und nimm Maxi mit. Prinz Luscious. Flirten. Flirten. Das er immer fernschauen will. Das war damals so. Jetzt wollen alle nur noch zum PC. Also alle Hunde sind weg. Kompostieren. Flirten. 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 Stopp. Was hat sie? Hä? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was sie hat. Flirten. Ich will das hier für einmal angehen. Und er wird mal mit angehen, oder? Nein. Und er wird es verschneiden. Flirten. Und dann irgendwo gehen. Zur Arbeit gehen. Ja, ja, das macht er schon. Flirten. 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 Spaghetti oder Sandwich? Moment. Füllen. Das ist ja Sandwich, ne? Mal kontrollieren. Sandwiches, ja. Soll ich da wirklich mal alle baden? Hm. Vanille! Isuike! Den wollen wir gleich aufhängen. Ah! Liebesapfel. Ach so. Oh je, der muss zur Arbeit. Ich glaube dafür habe ich keinen Pumpkin gekriegt. Eine Pflanze. Gut, ich kaufe eine Pflanze. Ich habe übrigens die Musik überall ausgeschaltet da im Spiel. Das ist jetzt nur noch meine Musik. Pflanze. Ehe nix Rosanes. Und weiß mag ich auch nicht mehr das. Ja. Oh, das ist groß. Die wollen wir oben hinstellen. Punkt bekommen. Punkt bekommen. Was möchte sie noch? Flirten. Prinz Lucius befehlen zu sprechen. Loben für von Simpad wegflem. Kommando. Sprechen. Ah! Papa! Ha! 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 Hu. 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 Was haben wir jetzt? Prinz Lucius loben. Das geht momentan nicht. Oh, dem kann ich sogar noch Kommandos beibringen. Zur Arbeit fahren. Stopp. Loben für benehmen den Mann. So. Loben für vom Sinbad wegbleiben. Selber baden. So. Jetzt sind wir in zwei Tagen alt. Essen. Lass dir weglegen. Ja. Sei nicht so nervig. Oh, der Junge hat überhaupt keinen Spaß. Hey, was ist da passiert? Okay. Wie ist es, mein Slushe ist eigentlich? Äh, was war das? Füttchen gehen. Die Queen gehört gebadet. Wir müssen dann Prinz Luscious loben, das da möchte ich jetzt endlich verkaufen, weil das nervt mich das, ne? Was ist mit ihm? Einmal aufs Klo gehen. Und sie wird schlafen gehen. Hoppala, das war zu tief. Warte, er geht nicht nochmal in den Pool. Schwaden. Frosaufgang machen. Eddy ist zurück. Ah, jetzt wird er alt, ne? Ach, wer haben wir diese Leute sehen? Keine Ahnung. Schwaden. Der wird auch schlafen. Ja, 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 ja. Ah, Schacki ist munter. Lobense verspielt heute mit anderen. Maximum das Gleiche. Ausfall. Warte. Aber wir müssen mal dabei bringen. Warte. 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 Hochzeit, Hochzeit, nein, nix, da gut. Florian, glaube ich, ist das erstes Montag, oder? Nein, er. Oh, Mesa Domblada! Bis zum nächsten Mal.